Okay friends, es kommt eine Message von mir an euch. Ich bin hier gerade bei Bubblegum TV und wir haben gerade ein cooles Interview zusammen gemacht. Und ich will euch einfach nur sagen, dass egal was ihr machen wollt, ob ihr Sängerin werden wollt, ob ihr Malerin werden wollt, egal was ihr machen wollt, macht einfach das, worauf ihr Bock habt. Lasst euch von nichts runterkriegen, ihr seid stark. Und ich will einfach, dass ihr das macht, worauf ihr Bock habt und lasst euch von keinem was sagen. Ihr wisst, Team Singer hält immer zusammen und ich stehe immer zu euch. Und wir sind schon bei 30 Sekunden, das ist echt schwer, aber wir schaffen alles zusammen, friends. Und ich hoffe, wir sehen uns bei der Karma-Tour, die jetzt gerade noch läuft. Ich bin morgen in Hannover und ich freue mich mega. Es wird auf jeden Fall richtig, richtig cool. Friends, holla. Zwölf Sekunden noch. Okay Team Singer, ich liebe euch alle. Ganz, ganz sehr. Ganz, ganz sehr. Ganz, ganz doll.